Willkommen zurück. Nein, ich habe keine Käfer oder Schneckeneier im Gesicht, sondern Leinsamen. Das machte meine Omi schon, als es noch keine Kosmetik gab. Und es ist einfach mega, wie ein pflanzliches Botox. Man nimmt eine halbe Tasse ganze Leinsamen und zwei Tassen Wasser dazu, gibt es zusammen in einen Topf und bringt es zum Köcheln. Dann lässt man es ca. 20 Minuten aufquellen, dann abkühlen lassen und großzügig auf das Gesicht auftragen. 35 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmen Wasser abspülen und die Haut wie gewohnt pflegen. Heute weiß ich, dass Leinsamen sogenannte Lignane enthalten, sekundäre Pflanzenstoffe, welche stark antioxidativ und zellschützend wirken können und zudem der Hautalterung vorbeugen. Auch die Proteine und Aminosäuren wie Lyosin können die Produktion von Elastin und Kollagen in der Haut unterstützen. Den enthaltenen Schleimstoffen und Vitamin E wird eine feuchtigkeitsspende und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Also ein Allrounder für Eure Haut, Ihr Lieben. Und im Kühlschrank übrigens 10 Tage haltbar. Einen zauberhaften Tag, bis später. Bye, bye.